Seid gegrüßt meine lieben Meerwasserfreunde und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ja, heute wieder was zur Meerwasserschemie. Heute geht es um das Spurenelement Bohr. Ja, Bohr liegt im Meerwasser als Bohrsäure vor und eben als Borat-Anion. Ja, die Bedeutung im Meerwasser für das Puffersystem speziell wird, da leider wird es immer etwas überschätzt. Man hat immer vermutet, dass es mit dem Puffersystem zu tun hat und damit zusammenhängt. Das wird aber wie gesagt überschätzt. Es hat keine großartige Pufferfunktion, sondern die liegt im Prinzip nur bei 3%. Das Ding ist halt eben das, man hat das immer vermutet, aber je mehr Bohrsäure ich dem Wasser hinzufüge, da springt dann immer ein Proton ab und das geht im Prinzip, senkt das letzten Endes den KH. Ja, also es Puffert nicht wirklich und steigert ihn, sondern im Prinzip genau das Gegenteil, es senkt den KH. Ja, so das wurde wie gesagt fälschlich lange Zeit geglaubt, ist aber wie gesagt völlig überbewertet worden, denn es ist definitiv nicht relevant für das Puffersystem im Meerwasser. In Braunalgen und Schwämmen zum Beispiel, da spielt Boa, unter anderem auch Silizium zum Beispiel, ein, ja es ist gut für die Gewebebildung, es beugt, es fördert auf jeden Fall die Gewebebildung. Ja, das ist in dem Falle zumindest bei den Braunalgen oder halt eben Schwämmen, da ist das bewiesen, dass es da essentiell wichtig ist, eben halt zur Gewebebildung. Bei Cyanobakterien zum Beispiel, da ist Boa sehr, sehr wichtig für die Nitrifikation. Ja, dafür benötigen die Cyanobakterien definitiv Boa. Das ist eine bewiesene Geschichte. Ja, also wenn der Boorgehalt zu niedrig wäre, dann funktioniert halt eben bei den Cyanobakterien die Nitrifikation nicht und wir bekommen auch unter anderem dadurch Cyanobakterien. So, und in tierischen Organismen zum Beispiel, da ist es halt wieder so, da ist es wieder unklar, das ist halt eben noch nicht nachgewiesen oder bewiesen worden, da weiß man halt eben noch nicht, welche Rolle Boa da für die tierischen Organismen halt eben spielt. Ja, bei Fischen zum Beispiel, Meerwasserfischen, hat man halt bemerkt, wenn man die Bohrkonzentration erhöht, kommt es bei den Fischen zu Vergiftungserscheinungen. Ja, das ist in der Form da definitiv nachgewiesen. Also man sollte es da auch, wie gesagt, deswegen immer im Rahmen halten, nur wir können es halt wieder nicht messen. Das ist halt eben eine Geschichte, die ihr nur über eine ICP-Messung halt herausfinden könntet. Zum Bohr kann auch ich nur sagen, Bohr ist eigentlich in den Salzmischungen, die wir haben, genügend enthalten. Ja, es ist in ausreichender Konzentration, so dass wir Bohr, eigentlich ist der Tipp, dass wir Bohr nicht nachdosieren sollten. Ja, weil der Gehalt fällt eigentlich relativ gering in unseren Becken. Ich meine, wenn ihr da aber eine ICP-Messung gemacht habt, dann könnt ihr das natürlich halt kontrollieren, wie der Wert halt eben steht. Und das gegebenenfalls korrigieren, aber auch wirklich nur, wenn es absolut nicht mehr verfügbar ist oder unterhalb des absoluten Minimums. Weil, wie gesagt, ich persönlich kann nur den Tipp geben, Bohr sollte nicht nachdosiert werden. Es ist in der Regel ausreichend in sämtlichen Versorgungssystemen etc. eigentlich enthalten und muss deswegen nicht nochmal extra, so wie wir es zum Beispiel beim Jod oder so machen, was wir wirklich gezielt und definitiv immer wieder nachdosieren. Das fällt beim Bohr im Prinzip aus. Ja, mehr gibt es auch zum Thema Bohr gar nicht mehr zu sagen. Das heißt, über Bohr habe ich euch alles gesagt, was es derzeit wissenschaftlich halt eben so darüber zu sagen gibt. Und ihr seid jetzt wieder einen kleinen Tacken schlauer, hoffe ich. Ja, wenn das Video gefallen hat, dann lasst mir doch gerne einen Daumen rauf da. Und wie gesagt, ihr wisst es, ihr da draußen, ihr seid die Geilsten, ihr kriegt von mir zwei Daumen rauf. Und ich würde sagen, ich habe alles gesagt für diese Folge Meerwasserschemie. Und ich bin raus und wir sehen uns im nächsten Video am Freitag. Und da geht es um das Thema ICP und warum ich mich da für Oceamo entschieden habe und welchen Mehrwert ich da habe. Also, ihr könnt gespannt sein. Freunde, ich bin raus. Bis dahin, euer Marc. Ciao, ciao. Bis dahin, ich bin raus.